Sie hören eine Information des Podcast-Imperiums. Live aus den Nerd-Studios in Düsseldorf. Es ist wieder Lichtschwertzeit. 0815 Star Wars Content halt. Hier kommt Nerdizismus, die Podcast-Show von Nerds für Nerds. Heute mit Jedi Nerds, dem Star Wars Podcast. Und hier ist der Meister mit seinem Schüler. Hier sind Chris und Michael. Herzlich willkommen zu den Jedi Nerds, eurem Star Trek-Kott. Eurem Multimillionen-Dollar-Franchise-Podcast, bei dem man Star Trek von Star Wars kaum noch unterscheiden kann. Hier bei nerdizismus.de. Mein Name ist, ich gucke jeden Content, Chris. Und mit mir dabei Leidensgenosse Michael. Hallo. Ja, hallo. So leidensmäßig, dass ich mal wieder eine Woche ausfahre. Ja, ich lag letzte Woche auch krank. Mich hat eine richtige Halsentzündung, also so richtig übel erwischt. Da wurde so, wenn du so hinten dir den Rachen reinguckst, so weiße Punkte hinten auf dem Mantel drauf siehst und so. Das war sehr eklig. Das war sehr unangenehm. Ich hasse ja bei so Halsschmerzen so Schluckbeschwerden. Das finde ich halt Schlimmste. Das lockt mich auch immer richtig aus. Ich war ja schon in der einen Woche platt, aber die Woche danach hatte ich sonntags, montags und dienstags quasi keine Stimme. Und wenn man dann mit drei Familien und fünf Kindern im Urlaub ist und dann was sagen muss zu den Kindern und dann auf dem Handy tippt, um das Handy was aussprechen zu lassen, ist das schon eine Nerd-Herausforderung. Ach, das stimmt allerdings. Ja, 14 Tage, habt ihr nichts von uns gehört. Macht nochmal 14 Tage drauf, dann sind wir bei vier Wochen. So lange ist es schon wieder her, seit wir euch in euren Gehörgang reingehüpft sind, um euch über die tollen, tolldreisten Geschichten einer Jedi-Meisterin namens Asaga Sokartano zu berichten. Und ja, wir wollten eigentlich früher kommen, aber dann war MagicCon und ein Erdbeben und ein Vulkanausbruch und es hat einfach irgendwie nicht sollen sein. Trotzdem sind wir jetzt hier in alter Frische und werden uns der letzten vier Folgen, ja, ihr habt es vielleicht schon gemerkt, Asokas annehmen. Michael, damit meine Stimmung wieder ein bisschen nach oben kommt, was haben wir denn sonst alles noch so bei uns im Portfolio, was vielleicht nicht ganz so viel Trübsal bläst. Nicht viel, ne? Das ist eine gute Frage. Da haben wir gerade nicht so viel, wenn ich jetzt mal auf unsere letzten Episoden von Dingen schaue. Aber das Wichtige ist, was nicht so viel Trübsal verursacht, sondern wirklich Freude, ist unsere neue Nerdizismus.de-Webseite, denn da findet ihr alles, was ihr braucht, auch wenn ihr mal down sein wollt von dem, was wir so hier erzählen. Geht ihr einfach auf nerdizismus.de, denn da findet ihr alles, was wir so besprechen, was wir schreiben, was wir aufnehmen und was wir so einfach bequatschen. Und dazu gehört auch, dass ihr drei schöne große Buttons habt, die ihr auf unserer Webseite findet. Einmal den Hören-Button, wo ihr einfach auf alles weitergeleitet werdet, wo ihr unseren Podcast findet. Dann habt ihr den Feedback-Button, denn wir möchten gerne Feedback von euch haben. Das könnt ihr geben an die WhatsApp, an die 01525 964 7709 oder ihr klickt euch einfach auf der Webseite durch, an die info at nerdizismus.de, ganz klassisch per Mail oder nerdizismus.de slash Discord oder ihr folgt uns einfach auf unseren diversen Kanälen. Wie gesagt, alles nerdizismus.de, da findet ihr sogar den Link zu unserem wunderbaren Merch-Shop und wir freuen uns über alle Bewertungen, die ihr so für uns rüberbringt. Ganz genau. Und wenn ihr zumindest einen Teil live sehen wollt, dann habt ihr das auf der MagicCon verpasst. War ein sehr schönes Quiz. Javanna und ich hatten da wirklich sehr, sehr viel Spaß auf der Bühne, Michael. Da hast du was verpasst, aber du machst ja dann nächstes Jahr beim FatCon-Quiz wieder mit. Und dann haben wir natürlich noch unsere kleinen Nerdy-Christmus-Show mit dem Chris von Last Geek Tonight und meiner Wenigkeit am 20.10. in Essen im Rabbit Hole Theater. Also Freitag in 14 Tagen, 20 Uhr. 15 Euro kostet das, kommt alle vorbei. Es wird wirklich klein, aber fein. Ich habe gerade auch eine schöne Bestätigung bekommen, dass die Goodie vom Nerdgasm-Podcast dabei ist. Das wird also ganz großartig werden. Freitag, 20.10. in Essen im Rabbit Hole Theater. Einfach Rabbit Hole Theater Essen suchen auf Programm klicken. Dann nach unten scrollen zum 20.10. Und dort könnt ihr euch ein Ticket reservieren. Das ist wichtig, reservieren. Ihr bezahlt es an der Abendkasse. 15 Euro gehen an so ein richtiges kleines Independent Theater. Ist also sogar noch für einen guten Zweck. Und wir freuen uns über viele, die da sind. Am Ende gibt es dann noch ein kleines Get-Together mit uns. Das wird bestimmt sehr, sehr, sehr fein. Ja, ich habe mal wieder keine Notizen. Ich habe so drei Sachen im Kopf. Da können wir gerne drüber reden. Ich war wirklich so Folge 5, 6, 7, 8 sprechen wir ja heute durch. Und ich war wirklich bei Folge 5 und 6. Ah, ja, 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 ja. Das könnte was werden. Und dann kamen wirklich 7 und 8. Und ich habe mich gelangweilt ohne Ende. Ich habe das bestimmt bei dem einen oder anderen Podcast früher schon mal gesagt, dass ich dann so anfange, einfach andere Sachen zu machen. Aufräumen, Steuererklärung nebenher, putzen, saugen, Auto waschen, alles Mögliche, aber nicht mehr hingucken. Und ich muss ganz ehrlich sagen, diese Serie hat mich sehr inhaltsleer zurückgelassen. Ich bin nicht wirklich enttäuscht, aber begeistert bin ich, weiß Gott nicht. Und das, was ich die ersten zwei Folgen gesagt habe, same shit, different name, trifft es leider auch. Star Wars hat einfach keine Ideen mehr. Das, schade, 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 schade. Wir gehen gleich auf einzelne Punkte ein. Siehst du das genauso oder bist du wieder mal wieder ganz anderer Meinung? Nicht ganz anderer Meinung diesmal. Also mir haben die vier Episoden ganz gut gefallen. Wir sind sie aber nicht so hängen geblieben, dass ich sie jetzt durchaus nochmal sehen wollte oder nochmal gesehen habe. Ich fand Teile davon ganz nett. Aber was mich dann doch irgendwie sehr zurücklässt in dieser Serie ist, dass auch hier wieder sehr nette Ansätze da sind, die aber nicht ausgeführt werden. Das ist irgendwie ein Teil des Ganzen. Es ist mal wieder Content, der auf nächsten Content verweist, auf den wir wahrscheinlich ewig und drei Tage warten müssen. Und das finde ich so schade daran, weil man hatte hier jetzt die Gelegenheit, eine Geschichte zu erzählen, die irgendwie rund sein könnte und auch im Charakter so in die Tiefe zu gehen, den man vielleicht als Live-Action-Gucker noch nicht so kannte. Aber am Ende war es dann doch sehr viel von dem, was vielleicht andere kennen, aber man als Nicht-Cartoon-Gucker der Star Wars-Cartoons nicht kannte. Also ich habe die ganze Zeit darauf gewartet, dass es so einen kleinen Pay-Off gibt für die ganzen Sachen. Und ja, spätestens zur Folge 6 war mir klar, gut, das Ganze wird daran enden, dass Ron zurückkehrt und dass wahrscheinlich ein paar Leute zurückbleiben werden. Aber es hing einfach letztendlich zu viel in der Luft, was dann nicht abgeschlossen wurde. Also es wurden ganz viele Bücher geöffnet, ganz viel angefangen zu schreiben und auch ein paar nette Sachen da reingeworfen. Aber am Ende ist es auf nichts hinausgelaufen, außer, dass wir jetzt wieder mal Schachfiguren in Positionen bringen. Ja, und dafür braucht man dann ernsthaft acht Folgen. Das ist halt einfach nur wieder unsere Content-Diskussion um das Contents will. Ich weiß, da draußen wird es jetzt wieder Leute geben und sagen, aber es ist doch Star Wars und sie haben uns Anakin gegeben und endlich sehen wir Fron und bla. Ja, das kann man auch sicherlich zwei Folgen lang so sehen. Aber danach kam einfach gar nichts mehr. Und bei so vielen Dingen kann ich einfach schon nicht mehr sagen, dass das jetzt schon als Hommage durchgeht. Es ist einfach nur noch, ja, wie soll ich sagen, da erwarte ich, und das gilt halt auch für Star Trek genauso, da habe ich einfach einen anderen Anspruch an ein Franchise dieser Größe, dieses Multimillionen-Dollar-Businesses, dass es ein Trendsetter und ein Ideenbringer ist und ein Treiber von Innovationen ist. Aber das ist es halt einfach nicht. Dabei könnte es das ja sein, weil das Budget ist ja im Grunde genommen da. Aber nö, technisch sicherlich kann man mal darüber reden. Es sah ja alles wunderbar aus. Ja, das sah wirklich gut aus. Das sah wirklich gut aus. Also das war auf Filmniveau, was die uns da präsentiert haben. Und ich sage ja, alles so die Ansätze, die da mit reingekommen sind, die haben ja schon viel Versprechendes gebracht. Diese World between Worlds, es wurde am Ende nichts erklärt, was da passiert ist. Es hätte auch ein Traum von Ahsoka sein können. Oder auch, dass die in eine neue Galaxie springen, auch durch diese Wale, die man als Live-Action-Gucker nie wirklich gesehen hat. Was passiert? Die sind auf einem Planeten, der hätte auch in dieser Galaxis sein können. Viele schrieben zwar in ihren Reviews, boah, das war jetzt mal wieder was ganz anderes. Ach, das waren doch einfach nur E-Vox mit... Es waren E-Vox mit Schildkrötenpanzern, sorry. Es waren mal wieder kleine, komische Alienwesen. Man hatte nicht das Gefühl, dass man... Man war auf einem fremden Planeten, okay. Aber uns wurde gesagt, du fliegst in eine andere Galaxis. Irgendwo, wo es ganz, ganz anders ist, wie es war. Und dann am Ende waren wir wieder auf einem verlassenen Planeten, wo ein paar Imperialisten da sind und sogar Hexen, die man aus dieser Galaxis kennt. Und alles, was sich da versprochen hat, auch was Balan da gemacht hat, da haben wir einfach nichts mehr von erfahren. Der war einfach da, der hat mysteriös geguckt und man hat Sachen angedeutet. Aber da gab es ja gar keinen Pay-Off. Und ob wir jemals einen Pay-Off dazu bekommen, ist dann auch wieder die Frage. Ja, der Planet hat mich auch unglaublich an Prometheus erinnert. An den Alienplaneten. Ja, das stimmt. Also das war so vom Setting her wie so dieser Prometheus-Planet. Aber gut, gehen wir ein bisschen der Reihe nach vor. Also wir haben ja in Folge 4 aufgehört, dass Anakin plötzlich wieder um uns rumgehüpft ist in der World Beyond Worlds, von der wir, wie du völlig richtig sagst, überhaupt nicht wissen, wie Ahsoka da eigentlich reingekommen ist. War sie jetzt tot? War es nur ein Traum? Keine Ahnung. Ich meine, in Rebels, da zieht ja Ezra sie da rein, durch eins dieser Portale. Okay, aber war jetzt das Meer-Portal? Hat sie sich das jetzt nur eingebildet? Ich meine, anscheinend hat sie sich ja nur eingebildet, denn sie floated ja dann im Wasser rum und wird ja dann von Hera dann aufgesammelt. Okay, also ich glaube, sie hat es sich einfach nur eingebildet. Und dann ist sie halt im Traum Anakin erschienen, in einer komischen Variante von sich selbst. Ich weiß nicht, ob sie es sich nur eingebildet hat. Erstens war ja noch der Force Ghost ganz am Ende, das Cameo, was wir mit reingebracht haben. Dann haben wir ja die ganze Zeit das Outro gehabt, was das auch angedeutet hat. Das ist ja irgendwie einerseits zwischen den Galaxien und andererseits auf einer anderen Ebene stattgefunden hat. Aber ja, uns wird viel angedeutet und Ahsoka soll irgendwelche Lektionen lernen, die man auch als normaler Zuschauer nicht versteht. Ich würde sie verstehen, weil ich mir später Videos angeguckt habe, weil vieles davon in Clone Wars und Rebels angedeutet wurde. Aber im Kontext dieser Serie verstehe ich es nicht und ich verstehe auch die Motivationen teilweise von Ahsoka nicht. Ich verstehe sie als Charakter nicht, weil ich sie nicht gut genug kennengelernt habe, weil ich in sie reingeschmissen worden bin, in die Geschichte hier. Aber außer, dass sie jetzt eine ... Und das musste man ja natürlich auch noch mal herausfinden. Ich habe mich im Urlaub mit einem guten Freund erhalten und der hatte auch nicht verstanden, vieles davon nicht verstanden. Der hat es sich angesehen, weil er es nett fand, das anzusehen. Aber dass sie jetzt irgendwie eine Schülerin von Anakin war und was da dann stattgefunden hat, das kapiert doch keiner nur aus diesem Kontext heraus. Man kann es sich gut angucken und man sieht, oh, da ist derjenige, der mal Darth Vader Anakin gespielt hat in den Prequels und der will ihr irgendwas beibringen. Aber was will er ihr denn jetzt auch am Ende beibringen, dass sie sich selber akzeptiert? Gut, schön und gut, aber wer ist sie denn? Wen soll sie dann akzeptieren? Ja, und dann steht er halt nur rum und gibt halt Kalendersprüche von sich. Also das ist halt wirklich auch so platt und an die eine Stelle habe ich wirklich so Kopf-Tisch-Platte. Aber was, wenn ich nicht mehr kämpfen will? Dann wirst du sterben. Come on, ja, echt. Ich weiß, diese zwei Sätze sollen dann die Herleitung sein, warum wir die ganze Zeit so eine Null-Bock-Ahsoka-Tano da rumhüpfen haben, ja. Das soll das irgendwie sein. Aber das ist es für mich halt überhaupt nicht. Ich meine, das war, wie du gerade eben schon gesagt hast, diese Clone Wars visuell, das war der Hammer. Das sah richtig, richtig klasse aus. Und das, obwohl man sich des alten Tricks des Nebels bedient hat und das hier alles muss er machen. Ja, aber das sah richtig klasse aus. Ja, das hat richtig Spaß gemacht. Aber ich habe auch diesen Forced Ghost von Anakin nicht verstanden. Ja, ist es jetzt der Forced Ghost? Aber warum wird er denn dann böse plötzlich? Also ich habe es nicht gerafft. Ich habe es echt nicht gecheckt. Ja, ging mir genauso. Und das geht ja auch für den Rest der Episode. Ja, es wird im Internet dann viel gesagt. Sie wird, das ist so eine Gandalf-Analogie, dass sie von der grauen Ahsoka wird zur weißen Ahsoka. In your face. Ja, aber das Verhalten von ihr ändert sich doch auch nicht. Sie grinst ein bisschen mehr in den Folgen danach. Sie grinst ein bisschen mehr und trägt was Weißes jetzt. Das ist gut, ist schön. Und ja, der Sohn von unserer Hera, der spürt sie auch irgendwie so ein bisschen. Und uns wird auch angedeutet, dass er von einem Jedi abstammt. Aber danach wird von dem Kind auch nichts mehr erzählt. Ja, also er ist ja der Sohn von, ja, jetzt wollte ich schon den Jaron sagen. Also von dem blinden Jedi halt aus Rebels. Ihr wisst da draußen, wen ich meine. Und Error Sedula. Da habe ich mir halt auch gedacht, so grüne Haarspitzen bei so einer Spezies-Mischung. Da hätte ich mir auch ein bisschen mehr Fantasie irgendwie gewünscht. Und was, das Witzige ist ja, Stichwort Hera Sedula, in einer Cartoon-Serie, Animations-Cartoon-Serie, fällt dir das gar nicht so auf, wenn Charakter immer das Gleiche anhaben. Vor allem, wenn es so stilisierte Klamotten sind. Aber im Live-Action fragt man sich halt schon irgendwann, willst du die Fliegerbrille nicht vielleicht mal abnehmen? Und warum hast du überhaupt eine Fliegerbrille auf? Ja, du trägst immer dieselben Klamotten. Hast du so ein großes Set da im Schrank liegen? Habt ihr ein perfektes Deo oder irgendwie so eine Schalldusche, die alles wieder reinigt? Also wenn ich das gleiche T-Shirt trage, dann will aber keiner mehr bei mir in der Nähe sein. Hast du dich eigentlich auch schon mal gefragt, wo du hier gerade vom perfekten Deo sprichst? Ich habe jetzt gerade wieder eine Werbung gesehen von einem Deo, das verspricht mir bis zu 72 Stunden Schweißschutz. Und ich frage mich dann immer so, wann brauche ich das bitte schön? Also in welcher Ausnahmesituation muss ich sein, um drei Tage mich nicht waschen zu können? Und wenn ich so eine Ausnahmesituation habe, ist dann wirklich mein Körpergeruch mein größtes Problem? Also ich kann es dir sagen, wann du dich drei Tage nicht duscht oder wann du dich drei Tage nicht wirklich wäschst, wenn du Kinder hast. Aber das wird in dieser, das wird aber von der, das könnte ich ja sogar verstehen, wenn sie da so einen Spot draus machen, der sich darum dreht. Das tun sie aber nicht, sondern sie zeigen eine Businessfrau unterwegs. Ja, also ich muss ja selber sagen, in den letzten paar Jahren duschen mache ich sowieso nicht mehr jeden Tag. Duschen mache ich irgendwie ein-, zweimal die Woche. Das hat aber meine Haut sehr gut getan. Das kann ich empfehlen, weil dann wird nicht mehr die Schutzschicht der Haut kaputt gemacht. Du musst halt nur dafür sorgen, dass du dich wenigstens alle ein, zwei Tage mal so wäschst und dann neues Deo draufpackst, weil sonst wird es wirklich etwas unangenehm. Aber der Haut, der Haut tut es am Ende gut. Und ich musste irgendwie letztens, das ist irgendwie ein total passendes Thema, habe ich kein Deo in den letzten Monaten gehabt, was mich dann über diese drei Tage rübergebracht hat. Also von wegen 72 Stunden. Dann habe ich mich mal informiert und habe mir so einen Roller geholt, der in der Tat jetzt mal zwei Tage hält, weil in der ganzen Zeit, wo es jetzt hier warm war, konnte ich mich nach einem halben Tag selber nicht mehr riechen. Aber mit diesem Deo geht es mittlerweile. Es ist dann auch kein Deo, sondern es ist ein Antitranspirant. Keine Ahnung. Aber dieses Versprechen, dass die meisten haben, irgendwie 72 Stunden, 48 Stunden, das kann ich nicht nachvollziehen. Das kann auch wahrscheinlich jedes Elternteil nicht nachvollziehen, weil es einfach nicht stimmt. Also ich kann schon, wenn ich morgens nicht duschen kann, bin ich kein Mensch. Also es gibt ja Leute, bei denen ist das mit Kaffee so, das ist bei mir jetzt ehrlich gesagt nicht so. Aber Tage, an denen ich morgens nicht duschen kann, das sind keine guten Tage. Die fangen schon scheiße an. Also ich brauche das wirklich. Und meine Haut macht das schlicht und ergreifend nichts. Also ich bin da immun. Es könnte aber auch daran liegen, dass ich einfach schon seit ich zwölf bin, jeden Tag morgens heiß dusche. Ich brauche das. Ich kann es empfehlen. Probier es mal aus. Ich habe mich früher auch jeden Tag geduscht. Allein schon beim Gedanken daran. Allein schon beim Gedanken daran, morgens nicht zu, ne, ne, also nicht, dass du jetzt stinkst, das will ich damit nicht sagen. Aber für mein Wohlbefinden, absolutes, absolutes No-Go. Schreibt mal in die Kommentare, wie es euch geht. Und wo wir gerade dabei sind, wir wieder vortrefflich abschweifen, über alles reden, nur nicht über diese Serie, was immer ein tolles Zeichen ist für die Qualität. Ja, Hera hat halt eben, wie gesagt, einfach nur diese Klamotten im Schrank. Aber das ist für mich auch so ein Charakter, wie ich es echt so sagen muss. Die wird vielleicht noch mal irgendwann wichtig, aber aktuell ist sie halt einfach, sie steht halt nur rum. Und die Memes im Internet, die ja einfach de facto nur ihren Hintern zeigen, sind halt auch schon, sagen halt auch schon viel. Und ich frage mich bei ihr auch einfach, wie sie, ich meine, das ist ja schon, hat ja auch schon in den Sequels stattgefunden, dass man halt General, alle möglichen Leute genannt hat, dass sie plötzlich einen Generalstatus haben. Ja, aus der Verdienst der Historie heraus vielleicht. Aber wen befehligt? Ein General muss doch irgendjemanden befehligen und muss doch irgendeine Macht haben. Der General reist doch nicht alleine durch die Galaxie und ist mal da auf einem Planeten und ist mal da auf einem Planeten. Du bist doch eingegliedert in eine Armeestruktur, um wenigstens irgendwelche Missionen auszuführen mit einem Bataillon oder mit irgendwem, was hinter dir steht. Das sind so alle Generäle, die sind, die haben eigentlich nichts zu tun als General, weil die eh nur alleine unterwegs sind. Ja, viel Rumgeneralen tun die in der Tat nicht ganz genau. Und sie sind auch alle Rogue, ne, und machen das ja schon. Der Punkt ist, das ist ja alles, weißt du, das machen ja andere Filme und Serien auch so. Aber wenn du halt jetzt so ein Universum so aufbaust und das halt jetzt inzwischen so viel Content halt bietet, dann fallen halt solche Dinge langsam einfach negativ auf. Genauso wie halt nicht treffende Stormtrooper fallen dir halt erst nach dem 30. Mal in New Hope gucken auf. Und dann hast du nur drei Filme und dann kam 20 Jahre lang nüscht gefühlt. Und jetzt, wo das aber so geballt auftritt, muss man halt sagen, ja okay, aber wenn die so scheiße sind und das die Elite-Truppen des Imperiums sein sollen, zum Teil zumindest, wie haben sie es dann geschafft, die Galaxis zu erobern? Weißt du, dann musst du irgendwann auch mal dein Universum halt mal so einen Ticken nachjustieren irgendwie und so sagen, okay, wenn ich so einen realistischen Approach halt haben will, dann muss ich zumindest auch so an zwei, drei Stellen mal so ein bisschen nachsuchen. So wie ja zum Beispiel Marvel durchaus seine quietschebunten Comicfiguren ja auch ein bisschen runtergedämpft hat, damit sie halt in eine echte Welt zumindest etwas reinpassen. Das klappt nicht immer, schon klar, aber zumindest so ein bisschen. Und dann gibt es aber so die verschiedenen Spielwiesen, wie halt zum Beispiel die Guardians of the Galaxy, wo ich dann die Möglichkeit habe, halt einen rauszuhauen. Das ist ja auch durchaus die Kritik in den letzten Jahren an Marvel gewesen, dass viel gleich aussieht und dass die nicht mehr so viel ausprobieren, was die Kostüme betrifft. Und ich kann es nachvollziehen. Es hat sich etwas gebessert, aber beispielsweise ist das DC-Universe da durchaus krasser unterwegs gewesen, wenn man sich die Kostüme anschaut. Und je nach Stil des Films klappt es ja auch, dass man abgefahrene Kostüme hat. In Deadpool 3 soll Wolverine ja auch endlich mal sein quietschgelbes Kostüm anhaben. Und ich kann mir vorstellen, dass, wenn man es richtig integriert, das auch noch gut funktioniert. Und es muss einfach zur Welt passen. Marvel hat immer schon den Ansatz gehabt, jedenfalls im MCU, dass sie sehr bodenständig unterwegs waren. So ein Iron Man, so ein Tony Stark, am Anfang der MCU-Reihe, hätte auch durchaus irgendwie passieren können in unserer Realität. Nicht umsonst ist dann in Iron Man 2 bei so einem Elon Musk aufgetreten und hatte man so ein paar reale Figuren zwischendurch. Da hat man sich im Laufe der Zeit mehr und mehr verabschiedet, um mehr und mehr in diesen Comic-Style reinzugehen. Aber das MCU ist weiterhin eine gewisse Parallelwelt zu unserer Welt. Und das ist ein Ansatz, mit dem man arbeiten kann. Aber so ist es bei Star Wars natürlich nicht. Nein, absolut nicht. Trotzdem muss man sich vielleicht irgendwo mal, dann hat man sagen, okay, gut, für wen ist diese Serie halt am Ende des Tages gemacht? Und das ist es halt eben. Ich weiß es nicht, für wen diese Serie gemacht ist. Denn das hat mich dann bei den letzten zwei Folgen so gestört. Für Kinder ist das toll. Mein 8-, 9-, 10-, 12-jähriges, ich würde das, glaube ich, abfeiern. Ich glaube, ich würde das abfeiern, ohne Ende. Aber wenn du es als Erwachsener guckst, dann weiß ich nicht, ob das ehrlich gesagt so dolle ist. Denn neben den ganzen, nennen wir sie mal höflich Zitate, ist es halt auch, ich fand es halt 0,0 spannend. Also es war wirklich nicht spannend. Es war in der Folge 4, bei dem Kampf mit Baelen und Ahsoka, das hatte durchaus seinen Reiz, weil ich da wirklich nicht so wusste, wie geht es aus. Und das war echt ganz reizvoll. Aber abgesehen davon, muss ich ganz ehrlich sagen, um es mit Darth Vader zu sagen, all too easy. Also ganz ehrlich, wer war denn bitte schön für Ahsoka Tano und ihre Bande auch nur ansatzweise ein Gegner? Niemand. Niemand außer Baelen. Niemand. Die schnetzeln sich durch Horten von Stormtroopern, die überleben einen Bombardement von einem Sternzerstörer nach unten. Das Ding heißt Star Destroyer. Wird ja wohl über irgendwo Namen Grund haben, warum das so heißt. Sie fliegen durch ein Asteroidenfeld, durch ein Minenfeld, bla 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 bla. Und es ist null, also ich habe nicht ein einziges Mal auch nur ansatzweise Angst um diesen Charakter gehabt, denn sie ist ja schon gestorben. Ich habe ja sozusagen den, weil man ja diese Gandalf-mäßige Resurrection brauchte, damit sie dann auch mit weißen Klamotten, wo kommen die weißen Klamotten? Und das hatte ich halt dummerweise jetzt schon in der Mitte von dieser Show. Also muss ich einfach davon ausgehen, dass sie in dieser Show auf gar keinen Fall mehr irgendwie noch mal einen Kratzer davon, da war es ja dann auch. Und also es war 0,0 spannend. Diese letzten zwei Folgen waren absolut, und ganz ehrlich, wo Thrawn zu dem wir dann auch noch kommen werden, das Mastermind sein soll, weiß ich nicht. Also das war für mich einfach schlicht und ergreifend alles Dicks. Ja, das sah toll aus, haben wir jetzt schon mehrfach gesagt, aber das, nee, auch dann war es für mich, wie du auch korrekt gesagt hast, in der neuen Galaxie auch schlicht und ergreifend nicht exotisch genug. Ja, ja. Auch hier wieder, wir sind in einer neuen Galaxie. Vielleicht sehen wir irgendwelche coolen Sternensysteme, vielleicht fliegen da irgendwelche Leute rum, die uns völlig unbekannt sind, die eine ganz andere Gesellschaft haben. Was machen wir? Wir sind auf einem Planeten. Sehen drei komische Schwestern, ja, die man sicherlich aus Rebels und Clone Wars kennen muss. Und wo eine davon Claudia Black ist, was ich am Ende nicht gesehen habe, wenn ich es nicht gelesen hätte. Aber das ist ein Planeten mit einem Turm drauf und ein paar lustigen kleinen Kerlen, die da rumlaufen. Und das haben wir, wie du eben auch schon gesagt hast, schon öfters gesehen. Und die Nizis, das hier sind ja noch nicht mal was Neues in dem Gesamtkontext. Ja, und da habe ich mir einfach mehr erwartet. Wie du gesagt hast, es ist exotisch, wenn was an, wo man komplett woanders ist, wo man dann jetzt wirklich auch, keine Ahnung, wie viele Tage die da durch den Tunnel gereist sind, unterwegs ist, dann möchte ich auch was Neues erleben. Und das reicht mir nicht, nur wenn die Architektur ein klein wenig anders ist. Und vor allem, wenn sie doch dann wissen, dass die Perils-Space-Wale dahin zum Sterben fliegen, warum dann der ganze Spöke es überhaupt sowieso erst? Dann warte doch, bis so eine blöde Herde wieder dahin fliegt und häng dich dran. Also, hä? Hä? Das ist so, I don't get it. Das ganze, diese ganze Eye of Sion war völlig unnötig. Hätte man halt nicht gebraucht, weil sie wussten ja, dass sie da hinfliegen, also, dass die Perils da hinfliegen. Also, dann hätten sie auch einfach warten können. Also, sehr, sehr, sehr seltsam. Wo du gerade aber kurz Claudia Black erwähnt hast, für alle, die sich jetzt wundern, wer ist denn das? Sie hat in Stargate SG-1 mitgespielt, in 30 Folgen. Wen hat sie da gespielt? Mh, die, den Ersatz, ach nee, die haben mit den Ori zusammengearbeitet, die nicht mit den Ori zusammengearbeitet hat, aber... Ach, die hat die Außerirdische gespielt, Valar mal Doran. Ja, genau. Ja, genau. Sie, sie ist diejenige, die mit Daniel Jackson immer so ein Hin und Her hatte. genau. Und gute Chemie, und die haben sie dann zu einem Regular gemacht, als die ganze Ori-Geschichte durchgekommen ist. Und man, man erkennt sie, also, nicht nur daher, sie ist ja auch die Hauptdarstellerin, mit die Hauptdarstellerin in Farscape gewesen, was ich nie gesehen habe. Aber ich kenne sie größtenteils aus SG-1, und ich sehe sie immer wieder ganz gerne, wenn sie in irgendwelchen Rollen auftaucht. Aber hier hätte ich sie nicht mehr ansatzweise wiedererkannt. Sie macht auch viel Voice-Acting, als Chloe Frazier zum Beispiel in Uncharted. Sie spricht in Mass Effect, sie spricht die Morrigan in Dragon Age und so weiter. Also sie ist da sowohl, was Voice-Acting als auch Schauspielerei angeht, vor allem so im Jörg. Man kann schon sagen, ist eigentlich ein klassischer Con-Gast. Das ist so ein richtiger durch und durch Magic- oder Fatcon-Gast. Ja, so ungefähr. Und dann haben wir ja auch noch einen weiteren Charakter, der komplett in der Maske verschwunden ist. Jetzt muss ich noch mal seinen Namen googeln, aber den kennen wir aus The Expanse, das Muskelpaket, der dann wohl dieser Haupttrooper war. Wes Chatham, der hätte in Amos gespielt. Und der war dieser komische goldene Trooper. Der war in diesem komischen goldenen Trooper-Kostüm, was natürlich komplett verpufft ist. Commander Enoch. Der Enoch. Ja, man hat seine Stimme verändert, dass man ihn nicht hören konnte. Man hat ihn hinter einer Maske versteckt, dass man ihn nicht sehen konnte. Was war dann bitte schön der Sinn, dass man ihn genau in diese Rolle reingesetzt hat? Und ja, auch das hier, genauso wie diesen Merrick oder wie der aus den ersten drei Folgen hieß so, wunderweiß, was sich da alles drunter verbirgt oder wer es sein könnte. Und am Ende war es halt nichts. Ähnliches verschenktes Potenzial. Und da frage ich mich halt ernsthaft, wieso lernt man da nicht draus? Wie halt aus Captain Plasma. Ja, also das war halt auch so ein Charakter, wo man denkt so, ja, okay, sieht interessant aus. Also entweder teaserst du ihn an und machst was draus oder dann lass es halt Untold, so wie halt bei Buberfett auch, der dann über die Jahre halt sozusagen erst so ein Appeal entwickelt. Und irgendwie dann halt den Book of Boa wieder völlig zu zerstören. Aber das, ja, ich meine, ich fand den Auftritt und das war wirklich das Highlight der Folge 6, die für mich auch dann die beste Folge eigentlich war. Denn die Inszenierung, wie Thrawn da auftaucht mit der Chimäre, so heißt der Sternzerstörer, und der auch noch so richtig kaputt ist von den Perils und so weiter, das war schon wirklich beeindruckend. Das war toll, fantastisch inszeniert. Ich überlege noch, ob ich es mochte, dass die alle so runtergekommen waren, weil ich mir so denke, ah, würde er nicht vielleicht irgendwie so ein bisschen mehr auf Disziplin und Sauberkeit achten. Aber die haben halt keinen Nachschub gehabt und so weiter. Und okay, alles gut, Haken dran. Und am Ende waren sie ja wirklich wohl zehn Jahre da. Aber diese zehn Jahre haben sich für mich dann auch noch mal ein bisschen zu wenig im Gesamten gezeigt, weil der Sternzerstörer, der, die Chimera, die sah immer noch gut aus. Die waren nicht heruntergekommen, oder da ist irgendwas auseinandergefallen. Es waren nur die ganzen Trooper, die da aussahen, als wäre was mit denen schiefgelaufen. Und auch nicht irgendwie ein Brückenpersonal, was da übergeblieben wäre. Es ist nur Thrawn und die Trooper, was ja schon ein spannender Ansatz ist, wenn man, okay, hier. Es ist, ich finde es super, mir zu überlegen, was da passiert ist und wie er da hingekommen ist. Beziehungsweise wie er da überlebt hat. Auch wenn wir Ezra später sehen. Aber ich habe nicht das Gefühl, außer dem Aussehen von den Ganzen, dass die da wirklich zehn Jahre gestrandet waren. Ja, ganz genau. Und wie gesagt, für meine Vorstellung von Thrawn, einem Disziplin-Fanatiker zumindest, stelle ich mir so vor, durch und durch. Und dann so ein verlotterter Haufen an Troopern. Nee, nee, ganz ehrlich, hat für mich nicht gepasst. Ich hätte es viel beeindruckender gefunden, wenn die da blitzeblank, vielleicht ist ja mal so ein bisschen geflickt, okay, weil halt Dinge kaputt gehen. Und sie keinen Nachschub haben, okay. Aber dass die alle so dreckig und runtergekommen sind, wie so eine Piratenbande, weiß ich. Es waren ein paar Sachen, die haben da nicht gepasst. Es haben erst mal dieses heruntergekommene Trooper, ist generell ein spannender Look. Und dass die wirklich ihn wie so einen Kultgott angerufen haben. Thrawn, 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 Thrawn. Aber das hat dann auch wieder nicht zusammengepasst. Mein Problem ist, wir kriegen zu wenig davon erzählt, was da passiert ist. Wir kriegen etwas präsentiert. Und das war, somehow Palpatine has returned. Somehow Palpatine has returned. Und somehow Thrawn is still there, so ungefähr. Und ich möchte wissen, wie es passiert ist, was es da passiert ist. Da können die, die haben doch drei ganze Folgen gehabt, wo die vielleicht eine Folge von einer ganzen Rückblickfolge machen und sagen, was in den zehn Jahren passiert ist. Aber was machen die? Die warten eine Folge auf Ahsoka. Die halten sich in diesem komischen Dorf von Viechern auf. Die lassen die alle ein bisschen rumreisen. Und die haben ein bisschen logistisches Transportwesen, was man damit bekommt. Aber da passiert einfach viel zu wenig. Da passiert doch nichts. Die reisen von A nach B. Aber die Story ist letztendlich nur, sie kommen an. Thrawn schafft es sie aufzuhalten und haut ab. Ja, und anstatt dann die Ahsoka einfach der liebe Jott, der Jott, der Mann sein lassen und einfach abzudampfen und sie einfach auf dem Planeten halt verrotten zu lassen. Nö, er muss halt dann nochmal TIE-Fighter hinterher schicken und nochmal ein Squad. Und ich mir so, wieso? Die ist ... Na gut, das verstehe ich schon. Wieso? Also aus seiner taktischen Sicht. Er hat es zwar am Anfang gesagt, lass die erst mal ziehen. Exakt, er sagt es doch noch. Als nur die Sabine da war, hat er gesagt. Lass sie erst mal ziehen. Ist gut. Wir schicken die zwei abtrünnigen Jedi dahinter. Die haben da ein bisschen was zu tun und sind unter sich. Wir brauchen uns um die nicht zu kümmern, weil Ezra hat uns ja scheinbar auch die ganzen zehn Jahre jetzt nicht belästigt. Auch wenn er ein Kettenhemd aus Stormtroopern trägt. Auch wieder schönes Detail. Erfahren wir nichts von. Kriegen wir nichts von mit. Und dann kann ich es aber verstehen, dadurch, dass er die Intel von Ahsoka bekommt, wer sie ist, dass sie eine Schülerin von Anakin war und dass er niemals Jedi unterschätzen möchte, weil die Jedi haben ihn in diese Position gebracht. Da kann ich verstehen, dass er immer mal wieder kleine Einheiten wegschickt, um die zu beschäftigen und um vielleicht doch noch zu verhindern, dass sie irgendwas mit einem machen. Weil er hat ja vollkommen recht gehabt, wenn man sie in freien Lauf lässt, dann schaffen es die Jedi auch, innerhalb von zwei Sekunden plötzlich wieder auf dem Schiff zu sein und sich durch alles durchzumetzeln. Man hat ja gesehen, wie er in Panik gerät, weil ihm ja schon bewusst war, das klappt alles nicht. Und die Jedi durchkreuzen immer meine Pläne. Er war ja richtig froh, dass er am Ende abhauen konnte und sagt, ich gebe dir Respekt, dass du so weit gekommen bist, aber jetzt hau ich endlich ab und mach's gut und so long for the fish, so ungefähr, wie es nochmal hieß. Ja, genau. So long and thanks for the fish. Ja, also ich kann es verstehen, warum er aus seiner Geschichte mit den Jedi und mit allen anderen schon immer wieder kleine Truppen dahin schickt, um das Schlimmste zu verhindern, aber den Fokus weiter auf, ja, das bringt, was er da macht, Kisten rumschleppen. Sind da jetzt auch noch Zombie-Armeen drin? Erfahren wir ja auch nicht. Ja, eben. Es sind so, ich vorkomme bei dir mal eine Rückblick-Folge, die einfach nur da drauf spielt, auf dem Planeten, was mit denen passiert ist und so, das hätte der ganzen Show sicherlich gut getan. Denn wenn man von dem beeindruckenden Auftritt dann erst mal sich wieder erholt hat, boah, dann bleibt da ja nicht viel. Warum haben sich die Sisters mit ihm verbündet? Was machen die da überhaupt? Wieso folgen sie ihm und nicht eher ihnen zum Beispiel? Hat er die in der Hand? Wenn ja, warum? Was haben die davon? Wollen die wieder zurück? Weshalb wollen die wieder zurück? Das weißt du, also warum er zurück will, das kann ich ja noch vorstellen. Aber warum wollen die denn zurück? Haben die da noch Unfinished Business? Wollen die da auf Maul wieder zurückholen? Das weißt du halt irgendwie alles nicht. Warum sind die überhaupt dahergekommen? Sind das die gleichen Sisters wie aus Rebels? Aber wenn du Rebels nicht gesehen hast, dann stehst du, glaube ich, eh davor und denkst dir so, hä, wer sind die drei? Und als sie dann das Schwert aus dem Nichts her zaubern, weil wir hatten in der letzten Folge ja noch drüber gesprochen, dass die ja diese Magic mit CK benutzen und das ist halt jetzt wirklich anscheinend Magie. Ja, dann nochmal, wir reden hier nicht von Realismus, wir reden hier von Glaubwürdigkeit innerhalb eines filmischen Universums. Es geht ja um die Glaubwürdigkeit und dann kann ich natürlich jetzt sagen, okay, wir haben sowas für Etablippity macht, damit ich halt eben mit Telekinese da Dinge durch die Gegend hüpfen kann und Leute mit Dank beeinflussen etc. pp. Aber jetzt kann ich auch anscheinend Dinge aus dem Nichts erschaffen oder was auch immer. Es kommt einem so vor, auch wenn es nicht so ist, auch hier, das scheint irgendein berühmtes Schwert zu sein, was irgendwann mal schon erwähnt wurde, was alles okay ist, aber dafür bekomme ich als Zuschauer einfach zu wenig Information oder muss zu viel von anderen Serien wissen, um es nachvollziehen zu können. Wenn ich als Noob mir das Ganze anschaue und das werden so ungefähr 80% sein, die sich das als Noob anschauen auf Disney+, dann stellen sich mir so dermaßen viele Fragen und ich habe keine Ahnung, was da abgeht, was einfach schade ist, weil einfach dieses Prozess, es wird so viel aufgemacht, es wird so viel angedeutet, es ist so eine reiche Welt, aber diese reiche Welt wird nur angekratzt und es ist ja noch nicht mal bestätigt, dass es für Ahsoka eine zweite Staffel geben kann und dadurch, dass jetzt gerade alles irgendwie im Flux ist, was nur ansatzweise mit Streaming zu tun hat, haben wir ja auch gar keinen Plan, ob wir jemals die Auflösung des Ganzen sehen werden und für mich muss so eine Serie in sich schlüssig und in sich gutes Produkt sein, die wird funktioniert haben als, keine Ahnung, ist es dann die sechste Staffel von Rebels? Das wäre jetzt sozusagen die virtuelle fünfte Staffel, ja genau. Genau, die virtuelle fünfte Staffel ist gut, aber wieso setze ich dann den Namen Ahsoka da drauf, wenn Ahsoka gefühlt nur 60% der Zeit da ist und ich nur wirklichen Fokus auf ihr in dieser fünften Folge habe und alles andere relativ egal ist, weil es um die Crew aus Rebels geht und diesen großen, bedrohlichen Feind aus Rebels, dann muss ich diese Serie aber nicht Ahsoka nennen, dann nenne ich sie The Return of Rebels oder sowas und sie damit und er muss nicht Erwartungen wecken, die nicht erfüllt werden können und die wurden für mich definitiv nicht erfüllt, weil ich weiß am Ende nicht, ohne dass ich mir das ganze Zusatzmaterial durchgeguckt habe und durchgelesen habe, wer denn jetzt Ahsoka ist und was denn diese Serie am Ende mit Ahsoka zu tun hatte, weil es war ja definitiv eine Ensemble-Serie und keine einzelne Ahsoka-Serie. Vielleicht noch ein paar Takte zu Admiral Thrawn für alle, die jetzt nicht alle anderen Star-Wars-Podcasts hören und jetzt auch nicht so bewandert da sind, da wollen wir euch natürlich nicht ganz damit alleine lassen. Also der gute Mithranurudu, besser bekannt als Thrawn, war respektive ist ein Großadmiral des Galaktischen Imperiums und gilt eigentlich so, wie übrigens eigentlich die ganze Rasse von Chiss, so heißt seine Spezies, als taktisches Genie. Und bekannt geworden ist der Admiral Thrawn eben durch die besagte Thrawn-Triologie von Timothy Zahn. Eigentlich das Standardwerk der Post-Original-Trilogie, von dem sich eigentlich jeder gewünscht hätte, dass das verfilmt wird. Und bis heute keiner weiß, warum es nicht verfilmt wurde, weil es eigentlich eine tolle, perfekte Story gewesen wäre. Genauso wie bei bei Indiana Jones, keiner weiß, warum er nicht Fate of Atlantis einfach verfilmt hat, was jeder gewollt hätte, wo jeder gesagt hätte, dann macht das. Also das Point-and-Click-Adventure von LucasArts. Aber gut. Und diese Thrawn-Trilogie bestehend aus den Büchern, ich glaube, der Aufstieg, dunkles Geheimnis, erben des Imperiums, ich bin mir nicht ganz sicher. Du hast es ja letztens noch gelesen, respektive gehört. Genau. Und da spielt er sozusagen als Nachfolger oder als, naja, Nachfolger des Imperators stimmt ja nicht, aber er ist halt der letzte Großadmiral, der noch sozusagen die Rebellion, den zweiten Zerstörung des zweiten Todessterns überlebt hat und hinter ihm scharen sich alle übrig gebliebenen Imperialen, denn das darf man ja nicht vergessen, es sind ja noch Millionen von imperialen Truppen da draußen, nur weil der Todesstern, der zweite kaputt ist, heißt ja lange nicht, dass die alle jetzt aufgehören haben zu kämpfen. Genau. Und das Spannende in den Büchern war auch, im Gegensatz zur Serie hier, oder zu dem, wie ich es jetzt gelesen habe, dass er bei Rebels aufgetaucht ist, dass er in den Büchern eine relative Unbekannte, auch für andere, die anderen Hauptcharaktere war, dass er plötzlich da jemand war, der scheinbar für das Imperium in unbekannten Regionen irgendwelche Gefechte durchgeführt hat und jetzt post-Empire zurückgekommen ist, um das zu vervollständigen, was das Imperium nicht hinbekommen hat. Also während des, ich glaube, größten Teil des ersten Romans wollte auch die Neue Republik gar nicht wahrhaben, dass irgendwie so ein Großadmiral da zurückgekommen ist und Thrawn kannte sowieso keiner. Und erst im Laufe dieser Trilogie wird klar, was für eine enorme Bedrohung dieser eine Großadmiral ist, der ein unglaublicher Stratege und unglaublicher, guter, auch ein unglaublich charismatischer Führer ist, der letztendlich das Imperium wahrscheinlich zu einem viel besseren Ende geführt hat, hätte, als der Imperator es jemals gekonnt hätte. Und das sind diese drei Romane, diese Heard to the Empire, Dark Force Rising und The Last Command, ich habe sie mir alle auf Englisch natürlich durchgehört, zuletzt auf Audible, sind ganz, ganz großartig, nicht nur wegen der Story, die wirklich eine würdige Folgetrilogie ist, sondern auch, wenn man sich das Hörbuch anhört, der Typ, der es gesprochen hat, der kann so gut Stimmen nachmachen, der hört sich wie Harrison Ford an und der hört sich wie Mark Hamill an, wenn er so spricht und wie C-3PO im Englischen und allein deshalb macht es Spaß, sich diese drei Bücher auf Audible nur das durchzuhören und auch da zu bleiben, weil danach ist ja natürlich noch eine ganze Riege an Büchern und Sequels erschienen, wo man sich aber durchaus drin verlieren kann. Also diese drei als würdiger Nachfolger für, als würdige Sequels, die man hätte auch adaptieren sollen, kann man immer wieder sehr empfehlen, zu hören oder zu lesen. Und vor allem hat ja der Thrawn in diesen drei Büchern einen kleinen Kniff, der ihn nämlich hier sehr zu Pass gekommen wäre, wenn er ihn gehabt hätte. Weißt du, was ich meine? Vor allem gegen Jedi. Achso, war das nicht nur auf der Kommandobrücke, wo er diese Viecher hatte, die die Macht unterdrückt haben? Richtig. Das war ja nicht er. Genau. Das waren diese Viecher, ne? Richtig, genau. Denn er umgibt sich mit, ich hoffe, ich hoffe, dass ich es richtig ausspreche, ich glaube Islalamiri oder irgendwie sowas, so Tierchen. In deren unmittelbare Umgebung man keine Macht wirken kann. Und das macht ihn natürlich dann gegen die Versuche von Luke und ist Mara Jade nicht auch dabei? Ja, ne? Ja, ja, die wird ja auch eingeführt als Charakter. Richtig. Wenn er noch nicht in dieser Inkarnation das Ganze gesehen hat. Mal gucken, wann sie die noch aus dem Hut zaubern. Und das ist natürlich dann, das hätte ihm natürlich hier wunderbar geholfen. Und es wäre doch auch wirklich schön gewesen, wenn man hier, das hätte auch total Sinn gemacht, wenn man auf diesem Planeten diese Viecher eingeführt hätte. Denn dann hätte man... Die Islamari, ja. Genau, Islamari. Dann hätte man, das hätte ja total Sinn gemacht, weil dann hättest du zum einen die Magic erklärt, die bei den Islamari halt funktioniert. Aber die Macht funktioniert halt nicht so. Und dann kommt der Thrawn also mit den Islamari zurück in die alte Galaxis, wo aber halt keine Magic existiert, sondern nur die Macht existiert und ist damit dann sozusagen der König. Ja? Jetzt mal ganz vereinfacht gesprochen. Da hättest du noch was draus machen können. Aber nee. Siehste, da hast du mich an einen Aspekt erinnert, den ich gar nicht mehr so im Kopf hatte von dieser Trilogie, was ja die ganze Geschichte nochmal auf den Kopf gestellt hat, weil dann die Jedi nicht mehr allmächtig sein konnten, weil man eine Waffe gegen die Jedi hatte. Eine Waffe gegen die Macht, diese Islamari, oder wie sie dann am Ende hießen, waren grandioses, strategisches, eine grandioses, strategisches Werkzeug gegen die Jedi, was uns hier im Prinzip fehlt. Ja, hier ist es weiterhin, dass natürlich es wenige, verhältnismäßig wenige Jedi gibt, aber diese werden ja in Zukunft vielleicht nochmal mehr werden und wenn man diese Viecher mit einführt, das würde ja nochmal einen ganz anderen Twist mit reinbringen in das gesamte Konstrukt. Ja, und von daher war ich ehrlich gesagt wirklich ein bisschen enttäuscht jetzt hier von Frond, denn, ich meine, er hat zwar da, also erstmal, die Regie, ne? Also, man muss doch seinen Schauspielern auch mal ein bisschen was zu tun geben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Regieanweisung war, verschränkt eure Hände alle hinterm Rücken. Oder vor der Brust. Also wirklich jeder Charakter steht da mit verschränkten Armen vor der Brust oder hinterm Rücken. Come on, also das ist doch keine gute Inszenierung, jetzt mal ohne Witz, da muss doch ein Regie sagen, aber mach mal ein bisschen was und ein guter Schauspieler würde von sich aus sagen, bist du sicher, dass es eine gute Idee ist, dass alle Bösewigs mit verschränkten Armen hinter dem Rücken dastehen? Dann habe ich mich halt auch so ein bisschen gefragt, wo ist er denn jetzt das Genie, ne? Also, er wirkt zu überlegen, aber wie du gesagt hast, am Ende ist er dann doch froh, dass er gerade noch so abdampfen kann und dann frage ich mich halt auch, okay, wo ist jetzt dann so die große Bedrohung, ne? Weil anscheinend brauche ich halt nur, sagen wir mal, nimm noch halt zwei alte Jedis, laufen ja genug rum, sind ja, die Order 66 war am Ende des Tages ja doch nicht sonderlich effektiv, laufen noch genug rum, finden wir noch ein paar Kai Kastas oder sowas, werden sie bestimmt auch noch dazu packen und dann hat er ja keine Chance mehr. Also, ja, also, und das meine ich halt eben. Dass man so ein bisschen sein Innenleben nochmal widerspiegelt. Wir haben hier die Einführung ins Live-Action eines unglaublich gewitzten Gegners, den wir hier drin sehen und ich kann mich in den Büchern daran erinnern, dass er meist irgendwie in seiner Kabine war oder irgendwie auf der Brücke umgeben von den ganzen Artefakten, die er von den ganzen Spezies gesammelt hat, die er besiegt hat oder die er eingenommen hat. Hier krieg ich ja irgendwann ein Tablet in die Hand gedrückt und ja, lese mal ein bisschen was über Ahsoka. Zeig ihn doch in seinem Umfeld, wo er seine Trophäen sammelt und wo er versteht, wie Spezies tickt, weil das ist ja seine große Gabe, dass er sich in die Kultur und in das Umfeld einer Spezies hineindenken kann und so am Ende alle ausmanövriert. Hier stand er in großen Hallen von einer Menge Trooper und das war's. Also man hätte ihn natürlich auch deutlich imposanter inszenieren können, indem man ihn eins zu eins in enge Räume mit anderen Leuten platziert, damit man sieht, wie bedrohlich er auch nicht nur als Stratege, sondern als Charakter ist. Ja, zum Beispiel. Ich hatte jetzt, während du das gesagt hast, so im Kopf so wie der wie der Langton, also hier der Professor Langton aus dem Illuminati, aus den Dingshusrei, wie der sich, wie das illustriert ist, wenn er sich so Dinge zusammenreimt, weißt du, vor seinem inneren Auge. Nicht, dass man es eins zu eins so kopiert, aber ich weiß ganz genau, so eine Montage, wie er da die Jedi studiert, wie er nochmal Anakin studiert und so weiter und so weiter, wie er die Spezies von Ahsoka sich da anschaut und so sein Bild zusammenformt. Ich weiß genau, was du meinst. Ja, das sehen wir nicht. Wir hätten genug Zeit dafür gehabt. Stattdessen sehen wir Sabine, wie sie nix sagt, also wie sie das Geheimnis vor Ezra zurückhält, dass sie eigentlich den Mist gebaut hat, der zu dem Ganzen hier geführt hat und einen völlig unüberraschten Ezra, als sie nach zehn Jahren da plötzlich auftaucht. Ja, ganz genau. Bleiben wir noch kurz bei dem Bösewichten, weil das geht am schnellsten, beziehungsweise die Lisbeth, die wird dann auch so eine Sister, aber das macht sie jetzt halt auch nicht stärker. Also, ich meine, was hatte sie jetzt davon? Nix. Sie hat genauso gekämpft, wie das allererste Mal, als sie auf Ahsoka getroffen ist, noch in The Mandalorian. Du erinnerst dich, sie war ja diese Gouverneurin da oder so auf dem einen Planeten. Da konnte die auch schon kämpfen in diesem Kill Bill Fight und jetzt hat sie halt ein Schwert gehabt, das gegen Lichtschwerter standhält. Ja, okay, gut. Und sonst? Also, ich meine, was hatte sie jetzt davon, außer ein bisschen Farbe im Gesicht? Das war halt auch so völlig verschenkt. sie ist natürlich stärker geworden, aber sie ist auch nicht mehr gegen Ahsoka die Graue, sondern Ahsoka die Weiße angetreten. Ja, gut, aber ich habe sie halt vorher nur nicht gegen Ahsoka die Graue gewinnen sehen. Also, es war halt, ne? Ja, ja, Von daher war das halt auch völlig verschenkt. Und gut, die Zombie-Truppe, natürlich mal ein ganz netter Twist. Da gibt es ja auch ein sehr beliebtes, ja, ich sage mal ein bisschen Off-Canon-Buch. Ich weiß gar nicht, wie es Death Troopers oder sowas irgendwie, wie das heißt, wo es auch darum geht, dass irgendwie ein Rebellen-Squad einen Sternenzerstörer findet, der halt voll mit Zombie-Troopern ist. Also, das, das war ja sogar ganz nice irgendwie so, hm, okay, aber am Ende des Tages hat es ja, war es ja dann auch keine Bedrohung. Also, die haben halt mal drei Sekunden lang dumm geguckt, ja, in den Sequels sagen sie, they fly now, they fly now. Und jetzt halt, oh, die sterben gar nicht, ja, sie sterben gar nicht. Oh, ärgerlich. Hm, okay, dann machen wir halt weiter. Weil sie haben ja immer noch Lichtschwerter und dann schnetzeln sich halt durch alles durch. Und, das war halt. Was ich mich da gefragt habe, auch bei diesen Death Troopers, also, die sahen ja vorher schon relativ tot aus und so, wie die sich beheben haben. Aber scheinbar musste erst dieser Zauber angewandt werden, damit sie zu diesen Zombies werden. Und dann kann man sich auch wieder fragen, wieso müssen sie jetzt schon so heruntergekommen aussehen, obwohl sie es noch gar nicht sind. Hm, ja, ich meine, Rüstung kann man immer putzen. Und gerade bei so einem Admiral wie Thrawn hätte ich halt erwartet, dass er auf äußerste Disziplin Wert legt. Und dass die Rüstung immer sauber ist, ja, egal wann und wo. Da hätte ich jetzt schon drauf gewartet. Ja, also, das hat für mich alles irgendwie so, what's the point? Und, wie gesagt, das was ich halt... Auch hier wieder wunderbare Ansätze. Ich meine, die waren ja eine gewisse Bedrohung. Und die hat man gesehen, wie jetzt so eine New Republic Armee durchaus von diesen Stormtroopers, von diesen Death Troopers überrannt werden würde. Und sie haben es am Anfang ja auch angedeutet, dass so ein Lichtschwert Schnitt denen am Ende nichts ausmachen kann. Aber dann hat es doch wieder geholfen. Also, das war auch etwas inkonsistent. Ja, es, wie gesagt, die Ansätze waren da. Es war einfach alles irgendwie auch diese, 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 diese Söldner oder diese Räuber, ja, die sahen halt auch einfach nur so aus wie die aus Rogue One um Saul Guerrera. Das waren doch einfach nur verkappte Tasken. Eben, genau. Also, es war einfach, ja, und diese, diese komischen Turtles, die waren halt wie Ewoks. Ich hab mich noch drauf gewundert, ich hab, ich hab noch drauf gewartet, dass sie auch noch in den Kampf eingreifen und den Kampf dann zu, gegen die Stormtrooper halt auch noch gewinnen. Aber da haben sie sich gedacht, das ist vielleicht, so viel wollen wir dann doch nicht, äh, 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 da, äh, Return of the Jedi kopieren. Was man sich allerdings dann gedacht hat, wo wir schamlos knauen, ist halt einfach, ach komm, so ein paar Statuen, wie in Herr der Ringe, die Altvorderen, die brauchen wir auch, lass uns mal ein paar hinbauen, die auch noch genau die gleiche Pose haben wie in Herr der Ringe, Basho, wird bestimmt keinem auffallen, dann hat der gute Ray Stevenson wenigstens noch ein schönes Schlussbild, dessen Rolle, wenn sie ihn jetzt nicht, äh, im Internet waren schon die Gerüchte, nehmt Leif Schreiber, verpasst ihm einen Vollbart, dann sieht er genauso aus, wenn sie ihn nicht recasten, ist seine Geschichte hier wahrscheinlich zu Ende und wir werden nie wissen, was dabei rausgekommen ist. Naja, wir fragen uns weiterhin, Ahsoka und Co., die sind ja auch noch da, Ahsoka und Sabine und wie heißt da unsere guter Doide, die sind, die sind ja alle noch vor Ort und der hat ja wahrscheinlich auch eine gewisse Ahnung von dem, was da, von dem, was da abgeht, weil er eine riesen Datenbank aus seinen 25.000 Jahren hat, aber dann frage ich mich eher, werden wir das jemals zu sehen bekommen oder wird sie irgendwann wieder auftauchen und das in zwei Demensätzen erklären, dass sie die Ursprünge der Macht gefunden haben, was es ja sein soll, wenn man dem Internet glaubt, was der Bailen Skalder sucht. Tja, keine Ahnung, weiß nicht, ob man das noch erfahren wird. Ja und das ist so schade, ich kann, ich könnte es verstehen, wenn das Ganze jetzt auf diesen Air to the Empire Film hinausläuft, der ja geplant ist und den Filoni ja in Angriff nehmen soll und Mandalorian Season 4 wird auch weiter darauf zulaufen und dann haben wir ja auch noch ein paar andere Serien, die das wenigstens andeuten können, aber das ist so ein One-Off, das ist wie so ein Obi-Wan Kenobi so eine Serie, so ein One-Off, die als einzeles Ding wahrscheinlich viel besser funktioniert hätte, als mit den ganzen Andeutungen, die die hier gemacht hat. Ich meine, wir wiederholen uns jetzt auch die ganze Zeit, aber ich hätte mir gewünscht, es fehlt mir das Runde, dieser Abschluss in dem Ganzen, dass diesen Beginn Mitte und Ende und dass auch Ahsoka eine Reise durchläuft, die wir nachvollziehen können und auch auf ein gewisses Ziel hinausläuft, aber das sehe ich hier alles, sehe ich hier alles nicht, sie grinst zufrieden, nachdem sie zu Ahsoka der Weißen geworden ist und sagt dann am Ende, ja, ja, unsere Reise hat erst begonnen, ist alles gut, das ist jetzt das Problem der anderen. Ihr habt euch die ganze Zeit darum fucking gekümmert, dass Thrawn auf keinen Fall zurückkommen soll, weil das der Worst Case ist und jetzt kriegt sie da rum, ja, jetzt ist das das Problem der anderen. Ja, ganz genau. Ich meine, dann schmeißt man ja ab und zu nochmal so C3PO rein, wo du dann gerade eben noch Druiden gesagt hast, dann darf auch nochmal Prinzessin Leia erwähnt werden und so weiter. Das ist ja alles irgendwie ganz nett. Ich weiß einfach nicht, keine Ahnung, das hat mir einfach halbgar zurückgelassen, der ganze Kram und dann konnte ich halt, ich meine, mir ist der Charakter, dass Ezra sowieso nie ans Herz gewachsen hat, ich habe mich durch alle fünf Staffeln von Rebels, ich will nicht sagen, gequält, die letzten zwei waren ja wirklich ganz passabel, aber die ersten drei habe ich mich schon durchgequält und deswegen ist mir dieser Charakter nie ans Herz gewachsen und deswegen hatte ich da auch keine heibeligen Gefühle, als ich ihn wieder sehe und ich glaube halt wirklich, dass jemand der Rebels nicht gesehen hat, der hat halt da nicht mal, der denkt sich halt so, hä, wer ist das jetzt und dass dann später übrigens noch erwähnt wird, dass dieser Huang wirklich, wir hatten es ja beim letzten Mal schon gesagt, 25.000 Jahre alt ist, da habe ich mir dann nochmal so gedacht, Moment mal, also ich weiß ja nicht, wie das jetzt in diesem Universum da ist, aber wenn hier was rumlaufen würde, was ein Wissen hat von 25.000 Jahren, dann wäre der nicht auf irgendeinem zweitklassigen Jedi-Schiff Unterschlupf da, um einfach nur irgendwelche Maschinen zu reparieren, sondern das wäre eigentlich so the ultimate being in the universe, ja, also wahrscheinlich, der hätte ja noch einen größeren Status als Yoda. Eben, genau darauf will ich ja hinaus, exakt darauf will ich ja hinaus und ja, das macht dann halt, das klingt dann so beeindruckend, aber wenn man dann einfach mal so drüber nachdenkt, wie halt bei vielen Dingen, wo man hier echt so sagen muss, ja, dass das passt irgendwie einfach hinten und vorne nicht zusammen, auch wieso muss dieses Eye of Science eigentlich zum Planeten runterfliegen, warum fliegt die Chimäre nicht einfach hoch, klar, damit die noch an an Deck kommen müssen und der Gipfel des somehow Palpatine returned, war natürlich dann das Ende, ja, wo dann Ezra einfach so mit so einem geklauten Shuttle dann da einfach so vor denen steht und denkst du so, ja, okay, da habt euch einfach gedacht, ah, fuck it, aber jetzt noch keinen Bock mehr, das doch auch noch zu erzählen, ach, scheiß drauf, ist egal. Ich hatte, ich hatte Ezra von den Sachen, die ich so nur nebenbei mitbekommen hatte, natürlich als Charakter mit diesen lila Haaren im Kopf und ich fand ihn schon interessant, also ich hätte ihn wahrscheinlich noch interessanter gefunden, wenn er wirklich nach zehn Jahren alleine auf diesem Planeten, ohne dass er die Sprache von den anderen kennt und sich durchkämpfen muss, danach hätte er aussehen sollen, er sah ja auch nicht aus, er hat ja scheinbar auch neue Tricks gelernt, wie er nur mit der Macht und nicht mit dem Lichtschwert kämpft, alles spannend, aber ist der jetzt zehn Jahre lang, hat er sich jetzt zehn Jahre lang mit denen versteckt und hat nichts gemacht? In einem wird ja schon nach einer Woche langweilig, wo man nichts zu tun hat, also der, der muss doch, und es wird doch die, auch seine Geschichte wird doch auch angedeutet, hatte ich eben schon gesagt, dass dieses Chainmail, dieses Kettenhemd, was er anhat, wurde an anderen Stellen gesagt, dass das irgendwie diese, diese Marks von den toten Troopern ist, also der scheint ja irgendwas da erlebt zu haben, aber der sah mir da nicht nach aus, der war völlig entspannt, kriege wahrscheinlich jeden Tag eine Dusche, ein Häuschen von denen, da sind wir wieder bei den Duschen und der sah mir nicht nach zehn Jahren Tortur aus und nicht nach zehn Jahren Einsamkeit, wo er niemanden kennt, außer völlig fremde Wesen, die er dann jetzt auch innerhalb von zwei Minuten wieder verlässt, zwar sich erstreißend von denen verabschiedet, aber scheinbar auch keine irgendwie eine nähere Verbindung mit einem von denen eingegangen ist und das, nee, das nehme ich denen einfach gerade nicht ab, auch wenn ich mehr von ihm erfahren möchte. Ja, dann haben wir ja noch die, die Shin, da hätte ich ehrlich gesagt, da hatte ich dann doch kurzzeitig mit einem kleinen Twist der Seiten gerechnet, weil ich mir so dachte, so die hat so oft dann, ich meine, sie hat nur zwei Blicke irritiert gucken und nicht so irritiert gucken und und dann hat sie zwei, drei Mal irritierter geguckt als sonst und dann dachte ich mir, ah, vielleicht wechselt die ja noch die Seiten, denn was sie jetzt antreibt, in der Einsamkeit, in der Verlassenheit dieses Planetens, sich jetzt mit diesen Mercenaries zu verbünden, ist das jetzt einfach nur noch Rache pur, weiß ich nicht, keine Ahnung, ist mir ehrlich gesagt ein bisschen zu dünn, da hätte ich mir fast schon gewünscht, dass es dann irgendwie heißt, ja, ey, komm hier, Ahsoka, jetzt sind wir hier gestrandet, komm, lass mal gemeinsame Sache machen, ja, gut, die Hexen, die wollen ja wieder zurück nach Datum hier, okay, warum die da überhaupt erst gelandet sind, vielleicht kann es mir einer erklären, was in den Kisten ist, also neben der Bundeslade, die natürlich auf jeden Fall da drin ist, das ist halt auch so ein Bild, wo ich mir so denke, so, ach, come on, das haben wir jetzt doch schon hunderttausend Mal gesehen, hat Indiana, Indiana Jones sich selber zitiert und jetzt müsst ihr es halt nicht auch noch machen, ach, das ist mir einfach alles zu Matsch über die, was ist, es ist wie so der x-te Wilhelm Screen, das ist halt dann inzwischen auch nur noch so, ja, okay, ha, 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 ja, und, ja, wie gesagt, dann kommt am Ende dann der Ezra und das ist halt einfach nur so, ja, komm, scheiß drauf, wir haben, vielleicht war es auch der Streik, vielleicht war es ja auch der Autorenstreik, keine Ahnung, ja, nee, das Ding war schon früher fertig, das kann sich gewesen sein. Weißt du, was es ist, also, die ganze Staffel wurde ja von Filoni geschrieben, also jede Folge wurde von Filoni komplett geschrieben und ja, ich bin ja nie in seine Cartoon-Serien reingekommen, vielleicht sollte ich mal mir die nochmal in Ruhe anschauen, auch wenn ich mit dem Stil nicht klarkomme, vielleicht deuten die ja eine Tiefe an, die er in der Realserien nicht hinbekommen hat. In Cartoon-Serien kann man viel überspielen und da kann man auch viel andeuten, weil es dann in der übernächsten Folge wirklich zu Recht nochmal aufgenommen wird und weil man die Charaktere visuell natürlich viel mehr machen lassen kann, als in Realfilmen und wahrscheinlich hätte diese Serie einfach viel besser als inoffizielle fünfte Staffel, als richtig gut animierte Serie funktioniert, als das hier als Realserie zu machen. Man sieht schon, wie viel Spaß er daran hat, das zu schreiben, aber er hat zu wenig Episoden, ein zu geringes Budget und zu viele Pläne für die Zukunft, dass das hier irgendwie hätte rund sein können. Und ich meine, jetzt reden wir schon seit vier Jahren oder vier Jahre jetzt seit Mandalorian, oder? Mhm. Und jetzt wird also der Fraun, ist also hier jetzt Titanos, denn das ist ja anscheinend das, worauf die ganze Nummer hinausläuft, dass wir am Ende also dann Mando, Boba, Ahsoka, hier die Rebels-Crew und so weiter, alle gegen Fraun dann haben. Okay, kann man machen, hätte man halt auch in zwei Jahren erzählen können, statt nach vier Jahren mal anzufangen damit. Aber gut, ja, eine zweite Staffel ist, glaube ich, noch nicht bestätigt, wenn ich mich recht entsinne. Was ich meine, ist, dass es wahrscheinlich sicher ist, aber was heißt, wahrscheinlich sicher, also wahrscheinlich ist sicher, ist gar nichts. Ich würde mich natürlich schon freuen, dass es weiter geht, denn wie so oft, jetzt wo die Schachfiguren zumindest halbwegs in ihren Positionen sind, könnte man dann mal ja anfangen mit der Geschichte. Das wäre ja dann vielleicht nochmal ganz nett, aber weiß ich nicht, ich finde es halt schade, dass halt jetzt schon wieder sozusagen die Rettung gleich mitgekommen ist, weil halt dadurch, dass jetzt halt Ezra dann halt auch schon wieder im, ich nenne es jetzt einfach mal im Alpha-Quadranten zurück ist, aus dem Beta-Quadranten, da steht ja eigentlich nicht, das ist ja eine andere Galaxie, aber egal, ihr wisst, was ich meine, ist natürlich sozusagen die Rettung für das From-Problem halt auch gleich dabei, da ist mir halt wieder so die Dramatik und das ist das, was ich am Ende des Tages, mein Hauptkritikpunkt ist, neben allen Dingen, die jetzt wirklich so teilweise auch nitpicky waren und so weiter, es war halt 0,0 spannend, denn wenn ich den Hauptcharakter in der Mitte in Anführungszeichen schon kille, um ihn dann als Gandalf wiederkommen zu lassen, dann ist halt der einfach jetzt ab sofort Plot-Armor, kann nichts mehr passieren und alle anderen waren einfach, es war halt zu keinem Zeitpunkt hatte ich auch irgendwie Angst um diesen Charakter oder ob da irgendwas schief gehen könnte, gut, und dass der Thrawn halt diesen Sprung in den Hyperraum da schafft, okay, das war halt auch von vornherein klar, also genau, es stand nichts auf dem Spiel, man wusste, wie diese Serie endet, weil diese Serie nicht genug Folgen hatte und man diesen Charakter, Oberbösewicht-Charakter nicht einfach nur in einer Staffel abschließen möchte, weil es auch schon diese Air-to-The-Empire-Film angekündigt wurde, also stand nichts auf dem Spiel, außer dass ein paar Leute zurückgelassen worden sind, es hatte, war keiner mit dem Leben bedroht, außer vielleicht einer der Bösewichte, und keiner der Helden hatte jetzt wirklich einen großen Struggle, den er durchleben musste, der nicht innerhalb von einer Episode wieder abgehandelt wurde. Wie wir es schon öfters gesagt haben, die Schachfiguren wurden gesetzt und jetzt ist Thrawn zurück und jetzt könnte das Richtige losgehen und jetzt hatte man auch die Prämisse dafür, dass jetzt erstmal natürlich keiner der Senatoren Ezra glaubt, dass Thrawn zurück ist und dass viele dagegen arbeiten und Thrawn wie in den Büchern aus dem Schatten heraus agieren kann, aber das wird wahrscheinlich nicht so sein, weil man sich nicht so viel, ja, nicht diesen Rahmen eines Buches hat, in dem man das natürlich noch mehr ausbreiten kann. Ja, du hast vollkommen recht, es ist irgendwie so nichts Halbes und nichts Ganzes und das ist schade, denn grundsätzlich glaube ich, dass dieser Charakter Osaka einfach viel mehr hergegeben hätte, als mit verschränkten Armen gelangweilt zu gucken. Absolut, diese ganze Crew gibt ja auch einfach viel mehr her, wenn man sie ein bisschen aus dem Abziehbild haften, das, das, der, der Cartoon-Serie rausgenommen hätte oder und da bin ich leider inzwischen, was heißt leider, also ich bin nicht deiner Meinung, ich glaube, das hätte man einfach als Cartoon-Serie lassen sollen, Punkt, ja, es gab wirklich keinen Grund, das jetzt als Realverfilmung zu machen, muss man ganz ehrlich sagen, ich erkenne den Mehrwert nicht. Ja. Im Gegenteil. Der Mehrwert ist, der Mehrwert ist, dass man das Ganze jetzt ins Reale eingebettet hat und entsprechend auch die Vorbereitung für Thrawn im Real, es ist ein Prequel, es ist ein Prequel für alles, was jetzt mit Thrawn noch passieren wird, aber wäre es nicht viel spannender gewesen, dass man hätte, mach doch eine Thrawn-Serie. Ich meine, man redet immer davon, dass die Bösewichte aller Dexter im Vordergrund stehen, aber wieso macht man nicht eine Thrawn-Heir-to-the-Empire-Serie, wo man seinen Aufstieg sieht, seine Verbannung und seine Rückkehr und im Hintergrund sind dann immer mal wieder kommen Charaktere, die wir kennen, wie die Rebels-Leute, meinetwegen lassen recasteten Luke und Leia auftauchen, lassen Mando auftauchen und so hätte man eine spannende Perspektive, könnte eine Sympathie auch zu einem Bösewicht aufbauen, er könnte zu einer ähnlichen sympathischen Figur wie Thanos werden, den man einerseits natürlich verurteilt für die Dinge, die er macht, aber andererseits, wo man natürlich auch verstehen könnte, wieso er so agiert und nichts anderes hat ja auch diese Thrawn- Trilogie gemacht, man hat ja so ein bisschen auch mit Thrawn mitgefiebert, dass er als sehr cleverer und rational denkender Imperialer dann doch das Potenzial hätte, eine andere Art von Imperium aufzubauen und so hätte man mal was ganz anderes in das Universum reingebracht, nicht nur einfach nur irgendwie sagen, es kommen irgendwelche Rogue-Charaktere, die dann am Ende doch wieder die Helden sind, nee, lass uns eine ganze Staffel aus der Sicht des Bösewichts zu haben und dann sind alle on board, um am Ende zu sehen, was steht denn auf dem Spiel, gegen wen kämpfen wir denn jetzt gerade. Ja, das wäre in der Tat mal was, aber das sage ich schon seit langem, dass ich mal eine reine imperiale Serie möchte, wo auch die Rebellen wirklich mal einfach mal die Bösen sind, in Anführungszeichen und ich kann mir nicht vorstellen, dass ich da der einzige bin, denn nehmen wir Endor, das was am besten ankam, waren durchaus die Storys rund um den ISB, also den imperialen Geheimdienst. Darauf konnten sich definitiv alle einigen, dass das mit das Highlight war, der ganzen Serie und ja. Ja und die ganze Gefängnisgeschichte, wo natürlich auch nicht nur sympathische Leute dazwischen waren. Exakt, zum Beispiel auch die ganze Gefängnisgeschichte. Die Rebellen sind für mich, ganz ehrlich, das langweiligste am ganzen Star Wars Universum, weil die gewinnen sowieso immer, obwohl sie eigentlich nie die Chance haben sollen und wirklich schlecht geht es ihnen auch nie, zumindest sieht man es nicht und genauso wie die Jedi sind eigentlich auch relativ langweilig wie Superman. Ja, es ist auch relativ langweilig eigentlich und der interessantere Charakter ist einfach Batman zum Beispiel. Ja, weil er auch Ecken und Kanten hat, weil er verliert, weil er leiden kann. Lass die Leute leiden, lass sie mal reales Leid erfahren. Das macht das Ganze viel fassbarer, viel spannender und auch viel nahbarer für alle, die sich es angucken. Ja, vielleicht ist es dann nicht mehr komplett Fantasy, wie es da, aber Star Wars muss sich ja auch einfach weiterentwickeln und auch in andere Richtung denken, so wie wir es jetzt bei Andor gesehen haben, wie Star Wars auch eine sehr bodenständige, realitätsnahe Serie in diesem Universum sein kann und uns dementsprechend auch einmal einen Perspektivenwechsel gibt. Und das hält so ein Franchise und so ein ganzes Universum auch einfach am Leben, indem man etwas Neues versucht. Und wir haben es oft noch gesagt, es ist gerade Content, es ist etwas, das neuer Wein, alter Wein in neuen Fässern und wir brauchen aber mal neuen Wein in alten Fässern. Ja, ganz genau. Gut, für alte Fässer werden Unsummen ausgegeben, hast du das gewusst? Dass wenn du heute eine Whisky-Distillerie aufmachst oder so, dein Hauptasset ist, dass du alte Fässer kriegst, die ein paar Dutzend Jahrzehnte auf dem Buckelarm, weil nur dann kriegst du Bumps in dein Whisky, sonst schmeckt das wie eine lahme Plörre und genauso ist es hier so ein bisschen auch. Gut, also ich denke mal, wir haben für diese Serie allumfassend alles besprochen. Jetzt wollen wir natürlich aber wissen, was sind eure Meinungen dazu? Schreibt es uns ans E-Mail an, die Info at nerdizismus.de. Schreibt es auf unsere Social Media Kanäle, Instagram X oder natürlich noch auf Facebook und Discord und natürlich die üblichen Sprachnachrichten oder Whatsapps an die 01525 und ich werde es nie lernen. 964 7709. Exakt und natürlich freuen wir uns über Bewertungen bei iTunes, bei Podcast Addict und auch bei Spotify und dann an dieser Stelle noch einmal ganz kurz der Hinweis, 20.10. Rabbit Hole Theater Essen, Nerdy Christmas Live, Last Geek Tonight und ich machen eine kleine, schöne gediegene Samstagabendshow. Das wird ein Spaß. Kommt vorbei, schießt euch ein Ticket. Es kostet nur lächerliche 15 Euro. Also in diesem Sinne, wie geht es bei uns weiter? Wir werden uns Lower Decks widmen, wir werden uns den Very Short Tracks widmen. Es ist mit Loki ja jetzt was weitergegangen bei den Superheroes, bei den Super Nerds, also bei den Hero Nerds, so rum geht es, so rum geht es, bei den Hero Nerds geht es auch weiter und natürlich irgendwann die Tage soll angeblich auch mal The Walking Dead hier weitergehen. Also von daher, jetzt nimmt Nerdizismus wieder Fahrt auf. Es war ja letzte Woche ein bisschen ruhig. Wir hatten auch viele Sachen andersrum zu tun und von daher freut euch drauf, wenn es denn jetzt weitergeht. Lower Decks werden wir besprechen. Very Short Tracks und die Very Track Track Show. Whatever. Ihr hört es. Also bis dann die Tage machen wir euch. Bis dann. Tschüss. Eine Produktion des Podcast Imperiums. Eine Produktion des Podcasts.